Herr Dr. Curio, mir fällt ein Wahlkampfslogan für Ihren nächsten Auftritt an. Schlimmer geht immer, und Sie bestätigen das jedes Mal aufs Neue. Sie haben gerade ein Meisterstück in Dialektik vollbracht. Wir erinnerten ja vor gut einer Stunde an 70 Jahre Grundgesetz. Ohne dieses Grundgesetz wären Sie nicht wählbar, säßen Sie nicht hier. Ihre Rede ließe sich aber so zusammenfassen. Die Abschaffung des Grundgesetzes, wie Sie diese Dialektik hinbekommen, macht mich immer wieder sprachlos. Aber völlig sprachlos nun nicht. Und deshalb verweise ich einfach mal auf die Wortwahl. Und gerade wenn wir von einer so sensiblen Thematik wie Rückkehr und Abschiebung sprechen, ist es mal sinnvoll, auf die Sprache zu achten. Denn die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes geht ja davon aus, dass Menschen als Dasein um ihrer Selbstwillen geachtet werden und gerade nicht Dinge sind. Ich meine mich aber zu erinnern, und das Protokoll wird es verweisen, dass Sie vorhin von zwischenverwahrt gesprochen haben. Menschen werden nicht zwischenverwahrt. Sie werden vielleicht in Gewahrsam genommen, inhaftiert, aber nicht zwischenverwahrt. Und in Ihren Metaphern mit Black zieht sich dasselbe durch. Menschen sind nicht irgendwie Wasserfluten, die dieses Land überfallen, sondern es sind immer noch Menschen, egal aus welchem Grund, ob legal oder illegal, legitim oder illegitim Sie hier sind. Diese Grenze gibt uns das Grundgesetz. Und wenn Sie sich nicht auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen, sollen Sie sich ernsthaft überlegen, ob Sie noch einen Tag weiter hier in diesem Parlament sitzen wollen. Sie haben aber dankenswerterweise auch darauf hingewiesen, dass wir anscheinend in dem gesamten Migrationspaket etwas richtig gemacht haben müssen. Denn Ihr vehementer Widerstand ist Ausdruck für eine gewisse Qualität der entsprechenden Gesetzgebung. Und Sie haben im Rahmen dessen ja auch durchaus auf die mäßigende Wirkung der SPD in den Verhandlungen hingewiesen. Und da danke ich ausdrücklich dem Justizministerium, das da als Hüter der Verfassung eben genau hingeguckt hat und verhindert hat, dass wir einen Entwurf hier beraten, der aus unserer Sicht verfassungsmäßig so nicht tragbar wäre. Zum Zweiten haben Sie darauf hingewiesen, dass die Justizminister irgendwie in Form einer geheimnisvollen Verschwörung hier grenzenlose Migration ermöglichen wollten. Und da habe ich mich wirklich gefragt, in welchem Kontinent Sie sich bewegen. Es ist das gute Recht, jeder Justizministerin und jedes Justizministers Bedenken zu äußern. Und in dem Fall, erlauben Sie es mir, teile ich auch nicht die Einschätzung des Bundesinnenministers. Auch in Bundesländern muss es möglich sein, dass Justizminister kritisch genau auf die Politik gucken. Und wenn das der Föderalismus nun mal bedeutet, dann ist es eine gute Bremse und ist es vernünftig. Und ich finde, es ist kein Grund, darüber zu klagen. Ich will hier ganz bewusst nicht irgendwie Hurra patriotisch und jubelnd sprechen. Das ist nicht geboten bei der Frage von Rückkehr und Abschiebung. Das ist in beiden Fällen eine dramatische Situation. Sowohl für die Betroffenen, für diejenigen, die es mitbekommen, an Flughäfen und anderen Institutionen und auch für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Deshalb glaube ich auch nicht, was manche vielleicht denken, dass wir unbegrenzt die Zahl der Abschiebungen erhöhen können. Das wird keine Möglichkeit sein. Ebenso aber ist es auch nicht richtig, dass es keine Möglichkeit gibt, die Zahl derer, die zurückgeführt werden, zu erhöhen. Auch das ist nicht wahr. Wir müssen uns lösen von diesen groben Vereinfachungen. Was ist die Grundidee dieser Gesetzgebung, die für uns auch als Sozialdemokraten keine einfache ist? Denn wir bewegen uns hier auf einem ganz schmalen Grat. Und wir müssen genau darauf achten, wie weit wir gehen und wie weit wir nicht gehen können. Wir haben uns selber versprochen im Koalitionsvertrag, dass wir unterscheiden zwischen denen, die schutzbedürftig sind und Anspruch haben auf Schutz und solchen, die ihn nicht haben. Und das bedeutet, wenn man es ernst nimmt und wenn man das Asylrecht tatsächlich in der bestehenden Form ernst nimmt, dass diejenigen, die keinen Schutz genießen, zurückkehren müssen. Diese binäre Option ist zwingend notwendig. Jetzt mache ich es aber wieder komplizierter. In der Realität ist es eben nicht so schwarz und weiß, sondern hat viele Grautöne. Und beides müssen wir berücksichtigen. Wir müssen diese Paradoxie akzeptieren. Diese ist klar schutzbedürftig, nicht schutzbedürftig. Und die Realität, dass es nun mal Menschen gibt, 235.000 ungefähr nach Statistiken, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, von denen aber 180.000 eine Duldung haben. Und darunter sind solche, die tatsächlich die Identität getäuscht haben und die nicht mitwirken und die dann auch die Konsequenzen in rechtsstaatlichem Rahmen tragen müssen und auch jetzt künftig härtere Konsequenzen. Das vertreten wir und das vertreten wir auch mit Nachdruck. Es sind aber auch solche darunter, die aus gesundheitlichen Gründen nicht abgeschoben werden können. Solche, die in Ausbildung sind, in Beruf und viele andere Gründe. Das heißt, es ist dringend geboten, sich diese Gruppe genau anzugucken und nicht einer solchen zu einfachen Theorie zu folgen, die davon ausgeht, dass alle, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, bewusst ihre Abschiebung und ihre Boykottieren. Das wäre schlicht realitätsfremd. Wenn ich jetzt aber auch die Zwischenrufe jetzt seitens der Grünen, und ich finde es ja richtig, dass Sie und auch die Linke da deutlich ihre Stimme erheben, es ist gut, dass wir geprüft werden, auch durch Widerspruch, dann möchte ich auch mal deutlich machen, dass ich keine Alternative sehe. Wir müssen mal den Blick weiten. Ist es ernsthaft, unsere Absicht, auch all denjenigen, die mit höchster Wahrscheinlichkeit keine Schutzbedürftigkeit in diesem Land haben, zu suggerieren, dass sie aber irgendwie letztlich doch über das Asylrecht und letztlich über den Weg der Duldung hier leben könnten? Das kann doch nicht ernsthaft eine dauerhafte Perspektive sein und auch kein Zustand, den wir fortschreiben wollen. Deshalb genau muss diese Gesetzgebung auch in einem Gesamtzusammenhang gesehen werden. Für diejenigen, die tatsächlich keine Aussicht haben, muss es und muss es auch mehr legale Wege der Zuwanderung geben. Stichwort Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Für diejenigen, die hier sind, gut integriert, bei denen jeder mit gesunden oder halbgesunden Menschenverstand auch sagen würde, das ist Irrsinn, sie abzuschieben. Kein Unternehmer will das, auch die meisten hier in dem Raum nicht, müsste es Wege geben. Und daran arbeiten wir auch, auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen, mit Beschäftigungs- und Ausbildungsduldung, dass bei bestimmten Kriterien diejenigen hierbleiben können und einen sicheren Status perspektivisch erlangen. Auch das ist sinnvoll. Und es ist sinnvoll, zu gucken, wie wir auch stärker als bisher Instrumente des Resettlements und der Relocation verwenden. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben hier eine besondere jetzige Situation. Wir sehen, dass mehr Menschen als bisher dieses Land verlassen müssen. Das gebietet die Konsequenz einer vernünftigen Asylpolitik. Aber zukünftig muss es doch unser aller Ziel sein, dass viele Menschen sich nicht mehr auf diesem Weg übergeben und wir diese Fragen, die wir jetzt diskutieren, mangels dessen künftig gar nicht mehr diskutieren müssen. Und das ist das Ziel dieser Gesetzgebung. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.